Ja, Chemikirr können wir machen. Mhm, mhm. Und raus. Ich bin unten drin. Hier sind ganz, ganz viele. Ja, einer ist gerade rausgesprungen. Fick dich doch. Oh nein. Komm wieder? Ja. Ich bin tot. Wir haben hier oben die Beine gebraucht. Ich komm gleich hoch. Irgendeiner landet oben. Keine Ahnung, ob der da bei dir ist. Bei mir ist es keine Ahnung. Oh doch, da ist einer jetzt. Auch da hinten. Nicht mal ein Shield-Break. Jetzt hinter dir, da wo mein Leicht ist von hinten. Alter. Achso. Von der anderen Seite bei mir. Und oben auf dem Dach noch mal hoch, inner. Sprich mal runter. Der wird gerade beschossen. Nee, halt mal. Ich versuch da bei dir zu lang. Oh, hier oben war schon wieder einer. Okay, ist K.O. Noch einer da oben drin. Hat die Tür jetzt zugemacht. Jetzt hier drin. Hier musst du pushen. Ja, wunderbar. Die sind tot. Hier kommt einer. Hier kommt wieder einer. Hat sie hier reingekriechen? Ja. Hier wurde gerade einer wiederbelebt. So, ich versuch mal jetzt oben mitzuspielen. Hier sind Platten. Draußen lag noch eine Bullfrog auf dem Dach, aber ist natürlich gefährlich da. Ich geb' dir mal Geld hier den Typen. Hier sind noch 24 Feinde dort draußen. Töte sie alle. Dann nehm' ich jetzt mal meine Bullfrog mit, Robert. Was ist denn dazu? Mach das mal. Ich nehm' jetzt mal die Farah. Farah. Und wo ist jetzt meine Diggins? Da. Ich hab' mal Geistes mitgenommen mit der Farah jetzt. Ich bräuchte tatsächlich mal äh, Platten. Ich hab' keine mehr, leider. Hier kommen Leute. Die kommen hier. Ja. Der hat die Clamour kaputt gemacht. Eventuell hinter dir. Hä? Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Eine kleine Bitterrufe. Ja. Ey, was gibt's doch gar nicht? Hallo. Warte mal, hier landet schon wieder einer. Oh, der landet direkt vor der Hütte hier. Hier. Hier landet immer unser. Über uns, über uns. Hinter uns kam, glaub' ich, wieder einer. Ja. Genau, hier. Shieldbreak. Oh, was? Ja, er hat ihn, er hat ihn. Sehr gut. Jetzt hab' ich natürlich keine Platten. Ne, komm' mal zur Abwechslung. Und wo handet er? Oh, was? Der wird hier irgendwie fertig gemacht. Ich weiß nicht von wo. Ach, ich hab' keine Platten. Ne, ich würde ihm gerne helfen. Da oben! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Auf'n Dach! Hier! Warte, kannst du hier herkommen? Oh, er kommt. Komm! Effektiver Schuss. Es gibt hier noch was zu töten. Gottes Willen. Oh, Robert, du bist der helle Zelt. Ich bin falsch gesprungen mal wieder. Keine Art Schatten. Doch, doch, warte, hier, ich hab' welche, aber sonst nimmt er die weg. Warte. Hier. Er ist extra tot. Warum? Keine Ahnung. Ja, gut, okay. Soll ich dir Geld geben? Kannst du Platten holen? Na ja. Geht mal hin. Hier. Geld gesichtet! Hinter dir. Ah! Da war kein Team Viper. Nicht einmal, glaub' ich. Komischerweise. Das Glas nähert sich dir! Aber am allerersten Mal war Team Viper jetzt so war Team Viper. Ja, ja. Oh, mit denn die Tür immer noch? Ja, ist okay. Ja. Können auch zu Deacon weiter. Mal gucken. Ah, oder so. Blau landet bei Biowipen. Ach, da beim Load, die war. War gelandet bei dem Loadout, ja. Na gut. Oben auf dem Dach war, glaub' ich, auch noch einer. Da war die Landung oben auf dem Dach. Ist auf jeden Fall mindestens einer gelandet. Ah, ah, ah. Hab'n gesehen kurz. Ah, ah, ah. Hm. Das Loadout kannst du vergessen. Oh, der ist da runtergesprungen. Ist da unten drin. Komm mal hier irgendwie aufs Dach hoch. Komm mal hier irgendwie aufs Dach hoch. Auch die Deacon. Ja, von der Seite theoretisch. Ah, da unten muss ich immer drinnen. Okay. Komm mal direkt aufs Dach. Okay. Schussverkauf. Achso, ich hab' ja eh nicht. Ich hab' ja kein Geld. Weißt du, die Erlebnisse zu meinen Kosten aus? Ah, die hab' ich noch drinnen. Sogar. Oder wir warten halt. Wir müssen uns bestimmt gleich entgegen kommen. Hm, der wird schon geschossen. Ich versuch mal hier an der Seite irgendwie hochzukommen. Aktivität. Ich seh' die nicht. Ah, sei vorsichtig, dass die dich vom Prison nicht sehen dann. Hm. Okay, hier oben ist er auf jeden Fall mit Sniper. Hm. Oh, sie kommen. Sie kommen. Aktivität. Sichtkontakt. Ah, genau über mir. Das Glas kommt. Da von der Treppe kommt einer. Ja, hier, hier, hier. Ja, hier, hier. Einer unten K.O. Einer K.O. Unten. Da ist er gerade an der Doppeltür. Ach da. Scheiße. Die anderen. Kommt. Ich hab da auf jeden Fall noch Steps gehört. Die sind da noch. Gerade ein Bioweapon drin, Robi. Oh, ich seh' dich. Oh, ich seh' dich. Ich probier' beim Loadout zu landen. Ja, mach mal. Ich steh' eigentlich im Unternehmen. Okay. Okay. Da hinten landet schon einer. Einer ist tot. Und da oben und da unten. Steh' auch noch. Deine aktivitäten. .: Deine aktivitäten. Ne aktivitäten. Deine aktivitäten. Da an der Seite ist auch einer. Ah, da oben war einer auch gerade. K.O. An der Seite da oder wo? Kein geblendet. Okay, dann geh' ich nicht rein. Ich wär' sonst reingegangen. ich bin hier neben dir. Ich geh unten rein jetzt. Bin oben, aber nicht drinnen. Ich hab halt keine Platten ey. Ich bin hier richtig am... ja der wurde wiederbelebt. Der wurde wiederbelebt. Nein, was? Der war nicht tot? Der war nicht tot? Das ist nicht dein Ernst. Den hab ich doch nur im Kopf getroffen. Ich hab oben einen K.O., einer als Shieldbreak. Der ist tot. Ja. Leider auch tot. Aber ich hab drei K.H.A.T. Ach, das war ein ganz anderes Team. Er weiß sofort wo ich rauskomme. Der war voll der Hellseher. Hä? Was ist das denn denn für ein Bastard? Krass. Voll das Arschloch, ey. Oh, das... ich hab extra schon gewartet mit der Gasmaske, ey. Neun K.H.A.T. Der war am Anfang, ey. Aber am Anfang. Das war ja am Anfang. Bei Bei-Weapon hatte ich ja schon sechs. Innerhalb von drei Minuten oder so da. Das war ja total unnormal, ey. Die sind ja wie die Lemminge irgendwie da in den Rand. Immer in diese Hütte da. Krass, ey. Der war ja im Fall. سieger. Die, die, in hasen mit 50,000. Ann이션ANGпер. Herr, komm. Vielen Dank.